Herzlich willkommen zum Video Nummer 8. Wir gehen jetzt mal in eine neue rhythmische Größe, nämlich die Vierteltriolen. Und ganz grundsätzlich, es gibt Vierteltriolen, die starten auf dem Beat. Und es gibt Vierteltriolen, die starten eine Achtel versetzt auf dem Beat. Und wenn ich die ineinander füge, dann habe ich Achteltriolen. Und wenn ich Achteltriolen, in Klammern, das sind zwölf Schläge pro Takt, halbiere, habe ich sechs Schläge pro Takt. Und rhythmisch ist das sozusagen die polyphone Figur drei gegen zwei. Also wenn man sich die erste Hälfte anschaut, dann habe ich drei Schläge und unten habe ich einen Puls von zwei. Wenn ich das auf dem Viervierteltakt erweitere, habe ich oben sechs Schläge und unten vier. Eins, zwei, drei, vier, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Umgekehrt. Ich bin Schlagzeuger, ich kann das, aber ich muss es auch mal irgendwann üben. Ich kann mir aber vorstellen, dass das für manche von Ihnen Neuland ist. Und das ist jetzt exakt die Übung, die Sie mal versuchen sollten. Das ist vielleicht tatsächlich erst mal Fuß die Vier und mit der Hand die sechs Schläge oder oder eben umgekehrt. Und später kann man es natürlich auch zwischen den Händen verteilen. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, wenn wir das singen. Eins, zwei, drei, vier. Das sind Vorübungen, die wenn Sie damit noch nicht in Kontakt waren wirklich sehr wichtig sind. Noch eine weitere Übung wäre vielleicht, dass Sie sich noch mal beschäftigen mit der rhythmischen Pyramide. Also eins, zwei, drei, vier. Jetzt kommt der Übergang nach zwei Takten. Drei, vier. Die Achtel und wieder zurück. Und zurück zu den Vierteln. Das sind lauter Übungen, die das stützen. Okay, wir starten mit dem ersten Text. Haben wir gleich im ersten Takt. Acht A haben wir dieses hin und her von Vierteltriole auf den Beat und Vierteltriole um eine Achtel versetzt. Auch hier würde ich sagen, lassen Sie uns die ersten vier Takte ein paar mal loopen, damit wir da reinkommen. Erster Takt. One, two, three, four. Eins. Zweiter Takt. Ba, ba, du, da, 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 du, du. Ba, ba, bu, bu, ba, ba. Dritter Takt. Ba, du, die, du, die, da, du. Da, du, die, da, du. Ja, ba, 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 ba. Vierter Takt. Bu, ba, bu, ba, bu, bu. Bu, ba, bu, ba, bu, bu. Du, da, du, da, du, du. Du, da, du, da, du, du. Okay, wir probieren mal den ganzen Text. In der zweiten Zeile kommen auch Achtel-Triolen hinzu. Vielleicht den fünften Takt mal nochmal machen, um das zu realisieren. Der fünfte Takt. One, two, three, four. Ja, ba-ba, ba-ba, ba-bu, ba-ba, ba-bu, ja, ba-ba, ba-ba, da, du, ja, da, 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 du. Okay, zusammen singen und mit dem Beat, also klatschen oder mit dem Fuß, wie Sie möchten. One, two, one, Achtel, von oben nach unten. Ba-do-do, du-do-da, ba-ba, 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 boo, ba, ya, da, 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 da. Da 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 Ba, 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 bu, bu, ba, ba, ba. Okay. Wir gehen weiter. Jetzt schauen wir mal auf den Text von 8b. Jetzt kommen die anderen Zählzeiten mit rein in den Text. Jetzt haben wir auch mal Passagen mit Sechzehnteln. Vielleicht vorher zwei, drei Takte üben. Wenn ich mal so reinschaue, bestimmt nicht schlecht wäre es mal, den vierten Takt in der ersten Zeile zu checken. Vierter Takt in der ersten Zeile. One, two, drei, vier. Da, du, 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 du. Da, 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 takka, takka, da. Bu, ba, bu, ba, 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 ba. Bu, 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 ba, takka, takka, da. Da, du, da, du. Ein anderer Takt, den wir uns anschauen, ist der sechste Takt. Takt Nummer sechs, zweite Zeile. One, two, three, four. Da, 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 ba, 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 da, 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 ba, 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 ja, ba, 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 ba. Okay, ich gucke mal, ob es hier noch was gefährliches gibt. Lassen Sie uns noch bitte schauen auf den dreizehnten Takt. Erster Takt in der vierten Zeile. Takt 13, erster Takt, vierte Zeile. One, two, three, four. Ba, du, 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 da, 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 du, du. Du, du, da, 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 ga, ga. Du, du, da, 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 ga, ga. Du, du, da, ga, da, ga. Okay, von vorne. One, two, three, four. Ba ba bu bu bu� del da da Yapa ba 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Also es ist so ein bisschen ein Babangspiel, wenn man es zu schnell macht, dann ist es vom Lesen her sehr anspruchsvoll, macht man es zu langsam, dann ist es ganz schön anspruchsvoll, das zu singen und mit dem Atmen. Müssen Sie eine gute Balance finden. In jedem Fall ist es immer gut, Takte zu isolieren und zu lupen, bevor man den ganzen Text versucht. Okay, wir kommen zum Diktat. Hefte raus. Blatt 8c. Jeder Takt viermal mit der Pause dazwischen. Blatt 8c, Takt eins. 1, 2, 3 und 4. Zweiter Takt. 1, 2, 3, 4 Takt 3 1, 2, 3, 4 Vierter Takt 1, 2, 3, 1 Ba, ba, ba Ba, ba Ba, du, du Ba, du Ba, da, da Da, da Du, da, du Ba, ba Takt 5 1, 2, 3, 4 Ba, ba, bu, bu Ba, ba, ba Ba, ba, bu, bu, ba Da, da Da, da Du, du, da, du, da Wir kommen zum sechsten Takt 1, 2, 3 und 4 Ba, bu, 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 ba Ba, ba, ba Da, du, 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 da Ba, di, di, di Ja, daka, 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 da Bu, bu, bu Du, da, da, du, du, da Du, da, du Weiter geht's mit Takt Nr. 7 1, 2, 3 und 4 Ba, bu, ba, bu Ba, bu, bu, bu Ba Ba, bu, ba, bu Ba, ba Da, du, da Du, du, da, da Nummer 8 ist der nächste Takt. 1, 2, 3 und 4. Takt Nummer 9. 1, 2, 3, 4. Der zehnte Takt. 1, 2, 3, 4. Takt Nummer 11. 1, 2, 3, 4. Bu, 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 ba. Bu, ba, bu, ba, bu, ba. Bu, ba, bu, ba, bu, ba. Da, du, da, du, da, da. Der letzte Takt, Nummer 12. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4